Einen wunderschönen guten Morgen zu unseren heutigen Handelsideen vom 8. Mai. Es ist Dienstag. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit einem Blick in ein paar meiner Ideen, die ich gefunden habe beim Streaming der Forex-Märkte, der Rohstoff-Märkte und auch der Indizes, wo ich immer einen Blick drauf werfe nach aktuellen Handelsideen. Wie immer, bevor wir mit dem Hauptthema beginnen, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren sozusagen ihr eingesetztes Kapital zu verlieren. Damit auch der Risikohinweis genannt und das bitte ich für Sie auch zur Kenntnis zu nehmen. Ja, im Blog habe ich es heute schon geschrieben. Es geht um Euro, Schweizer Franken, britischer Fund, Austral-Dollar und US-Dollar, Hongkong-Dollar. Wir haben heute einen Handelstag, der mit Spannung die, ja, wie soll ich sagen, Rede einmal wieder von Herrn Trump auch erwartet. Wir sehen es gleich in den Nachrichten. Da ist viel Spannung da. Da ist viel Spannung für den Ölmarkt da. Politische Dinge werden hier besprochen und man weiß nie so genau, was am Ende bei rauskommt. Von der Seite her alles spannend im Vorfeld dieser Tatsache von heute ist der Ölpreis gestern auch erstmals wieder über die Marke von 70 Dollar geklettert. Das hatten wir seit Dezember 2014 nicht mehr. Ich habe vorhin im Chart mal nachgeschaut. Ist schon ein ganzes Weichen her, wo wir das hatten. Also der Ölpreis hier weiter auf dem Vormarsch. Wir haben ein bisschen Unsicherheit gesehen. Gestern die Tageskerze war ein wenig eine Doji-Kerze. Aber nichtsdestotrotz, der Ölpreis ist hier am steigen. Für diejenigen, die im Longtrend unterwegs sind, auch sehr viel Freude an diesem Bereich. Im kurzfristigen Trading müssen wir sehen, wo es hingeht. Die Unsicherheit heute wird wahrscheinlich ein bisschen Kursbewegung bringen können. Aber ob es so kommt, werden wir wie immer sehen. Starten wir das weitere Webinar mit den Tagesnachrichten. So viele Nachrichten gibt es heute nicht. Die wichtigsten Nachrichten im Laufe des Tages. Wir beginnen heute Vormittag sogar schon mit einer Nachricht aus den USA. In ein paar Minuten, 9.15 Uhr, gibt es eine Rede vom FED-Vorsitzenden Paul. Immer spannend zu hören, was dort gesagt wird. Man hört ja auf die FED sehr, sehr stark und interpretiert ja auch immer sehr viel in die Nachrichten hinein. Und das bewegt wirklich auch sehr, sehr stark die Märkte. Das Thema Inflation, das Thema Zinsentwicklung in den USA. Es wird schon sehr, sehr genau hingehört. Und der Markt reagiert sehr sensibel auf kleinste Veränderungen, auch in der Ausdrucksweise des Ganzen. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon immer gehabt. Und das ist auch jetzt weiterhin so. Um 16 Uhr gibt es dann in den USA zum Thema Stellenangebote im März einige Informationen. Und dann natürlich, hatte ich ja gesagt, heute Abend um 8 Uhr, 20 Uhr deutscher Zeit. Herr Trump spricht und damit der wichtigste Mann des Tages sozusagen, was die Nachrichtenlage hier angeht, wo die Händler auch sehr, sehr gespannt drauf schauen. Heute Morgen hatten wir um 8 Uhr schon das Thema Industrieproduktion in Deutschland und die Handelsbilanz in Deutschland. Die Industrieproduktion ist gestiegen. Das ist ein sehr schönes Zeichen, wenn hier die ganze Sache auch Stück für Stück ansteigt. Sie sehen auch die positive Entwicklung, die wir hier haben. Der Vormonat, also der vorvorjährige Monat war ein minus 1,7. Also der Monat, was haben wir? März haben wir heute bekommen. Der Monat Februar hatte ein Minus von 1,7. Die Prognose war ein Wertzuwachs von 0,8. Aktuell haben wir 1,0. Also ein positives Zeichen. Handelsbilanz ist auch rausgekommen. Heute Nachmittag haben wir noch ein bisschen das Thema, nein, das ist heute Vormittag, 9.30 Uhr. Ich habe erst gesehen, 19.30 Uhr in Großbritannien gibt es das Thema Hauspreisindex. Also in gut 20 Minuten, 9.30 Uhr gibt es das Thema zum Hauspreisindex hier in Großbritannien. Heute Nachmittag, beziehungsweise am späten Abend, Nachmittag in den USA, später Abend hier bei uns in Deutschland, gibt es wie jede Woche Mittwoch die Informationen zu den Öllagerbeständen. Und diese sind wie immer auch häufig ausschlaggebend für Bewegungen auch im Ölpreis. Also hier eine Lage für den Ölpreis, die doch einiges an Spannungsmomenten für den heutigen Tag auch bereithält. Gut, damit zu den Tagesnachrichten und somit auch zum fließenden Übergang in unsere Charts hinein. Hier haben wir den Ölpreis noch offen. Ich hatte es ja vorhin auch kurz angesprochen. Hier, das war die Tageskerze von gestern. Da lief der Markt hier in die Hochs hinein. Wenn wir mal schauen in den Monatsschat, dann schauen Sie hier im Dezember 2014 hatten wir das letzte Mal Preise von über 70 Dollar oder um die 70 Dollar. Also hier ist der Markt wirklich schön auch im Vormarsch. Die Tageskerze von gestern hat hier ein bisschen Unsicherheit gezeigt. Die Kurse sind dann doch deutlich zurückgekommen, wenn man sich mal die Tageskerze anschaut. Wir werden sehen, wie es ja weitergeht. Aber Sie sehen auch diesen schönen aufwärtsgerichteten Trend. Er steht momentan auch gut in seiner Bewegung. Das heißt, es kann auch sein, dass jetzt hier etwas Korrektur beginnt, wie wir das auch hier gehabt haben. Also alles vom Prinzip her hier im normalen Bereich sozusagen, was wir hier haben. Dann schauen wir doch gleich einmal auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Während ich das Währungspaar jetzt hier raussuche, Euro-Schweizer-Franken, entschuldigung, noch der Hinweis, wenn Sie eine Frage zu einem eigenen Wunschmarkt haben, scheuen Sie sich nicht direkt hier im Facebook-Chat zu stellen. Dann werde ich sehr, sehr gern auf die Frage entsprechend auch eingehen. Schauen wir uns das Währungspaar Euro-Schweizer-Franken einmal an. Wir haben ja hier die letzte starke Aufwärtsbewegung, wo sich der Markt innerhalb der Range, die wir hier haben, wir haben das den Hochbereich von 1,20 hier oben gehabt, den Unterstützungsbereich hier in diesem Bereich von 1,19,3. Irgendwo der Markt korrigiert sozusagen diese starke Bewegung hier ein wenig seitwärts in diesem Bereich. Und wir sind jetzt hier in den letzten Tagen, ich mache das mal für Sie etwas größer, dass das besser auch erkennbar ist. Wir sind hier in den letzten Tagen immer mal wieder in die Situation gekommen, dass der Markt oben ran gelaufen ist an die Oberkante sozusagen und danach die entsprechenden Kurse unten herausgearbeitet hat und damit sozusagen den Markt hier Stück für Stück auch zu spielen und damit die Preise von oben nach unten einfach pendeln zu lassen. Wir haben jetzt hier die letzten drei Handelstage gehabt. Sie sehen es zwischen diesen Linien, die ich eingekreuzt habe, wo wir einen Markt hatten, in dem wir leicht steigende Tiefpreise und leicht steigende Hochpreise gehabt haben. Das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer immer früher in den Markt zurückkommen und immer später aus dem Markt herausgehen. Das ist so eine leichte Tendenz nach oben hin. Und wenn diese Tendenz sich fortsetzt, dann kann es hier durchaus zu diesem Szenario kommen, dass der Markt nach oben hin hinläuft, also in den roten Bereich oben rein um die Kurse von 1,20. Hier kann es dann passieren, dass der Markt wieder rumdreht. Das ist das eine Szenario und wieder diese Unterstützung unten anläuft. Das heißt, wir bleiben gefangen in dieser Seitwärtsrange drin hinein. Läuft der Markt jetzt vom Prinzip her direkt runter, also bricht diesen grün eingezeichneten Bereich. Sie sehen es auch, da ist einiges nach unten da, wo der Markt entsprechend auch hinlaufen kann in diesem Bereich. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil hier ist eine Unterstützung. Und wenn eine solche Unterstützung sozusagen hier gebrochen wird, dann hier sehen Sie die nächsten Anlaufpunkte nach unten. Also das heißt, in diesem Moment würde es dann zu einer tieferen Korrektur kommen können. Hier haben wir noch ein wichtiges Level drinnen. Das kam aus einem etwas weiteren Hoch. Hier hatten wir den Hoch. Das war sozusagen der Ausbruchsbereich, den wir hier hatten. Da läuft der Markt im Extremfall auch hin. Wir wissen es nicht. Aber für die jetzige momentane Situation ist es halt spannend, diesen aktuellen Bereich hier oben innerhalb dieser Range anzuschauen. Wenn der Markt hier nach oben rumdreht und über diese Linie hier oben hinausgeht, das heißt über diesen Hochkurs, den wir hier gehabt haben, dann wird es natürlich sehr, sehr spannend. Denn nicht weit von diesem Ausbruch weg liegt im Endeffekt hier, ich muss mal kurz schauen, ob wir da hinkommen, der Bereich an dem 2000, warten Sie, ich habe jetzt hier, haben wir es da, ja genau, schauen Sie mal, hier hatten wir den Monat hier. Das war die Tatsache hier an dieser Stelle. Das hier war der Bereich aus dem Jahr 2014, an dem die Notenbank der Schweizer die Stützungsmaßnahmen gegenüber dem Euro aufgehoben hat. Und da gab es ja diesen extrem starken Abfall nach unten. Sie sehen es hier unten in diesem Bereich hinein. Und seitdem hat sich das Währungspaar auch wieder sehr, sehr schön berappelt. Und dieser Bereich hier oben, den wir hier, den wir hier tatsächlich liegen haben, das ist der Bereich, der dann als nächste Zielmarke im Raum steht. Das wird sicherlich auch wieder ein Bereich sein, wo die Kurse nicht einfach so drüber laufen, zumindest erfahrungsgemäß in diesem Bereich. Sie sehen es hier hinten, hatte der Markt mal etwas auch angehalten. Das heißt, das Ganze als Unterstützung genommen. Also da gab es damals schon die Spannungen um dieses Thema. Und hier gab es dann die Auflösung des Themas. Es hat eine ganze Weile gedauert. Und jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Und das ist eine sehr, sehr spannende Situation, weil einfach der Markt dort oben hin laufen kann und dort einen Anlaufpunkt hat, der doch sehr, sehr viel Beachtung entsprechend auch finden kann von den Märkten. Und aus diesem Grund ist es gut, wenn wir das Ganze hier jetzt schon auf der Uhr mit haben. Schauen wir zum nächsten Währungspaar, auch wieder in den Tagesschart, britischer Fund, Australdollar. So, dann ziehe ich das gleich mal rüber. Die beiden Länder sind ja auch eng verknüpft, auch wirtschaftlich und politisch eng verknüpft. Und hier haben wir die Situation, Sie sehen, wie die Idee auch schon angelaufen ist. Wir hatten hier mit Blick auf den Trendverlauf in diesem Markt die Situation, dass wir in den Chart hineingelaufen sind, in eine weite Bewegung. Und der Markt hat hier vom Prinzip angefangen, tief zu korrigieren. Sie sehen es auch, wir sind unter die 50% Marke hier gelaufen. Das heißt, die Korrektur dieser Bewegung ist schon über 50% gelaufen. Und da gab es hier an dieser Stelle gestern schön die entsprechende Umkehrkerze. Und wenn diese Umkehrkerze bestätigt wird nach oben, ist das ein Indiz dafür, dass die Bewegung wieder anfangen kann. Wir hatten ja während dieser Korrektur eine ganz schön lange Zeit, wo der Markt einfach hin und her gependelt ist in dieser Trading Range. Jetzt hat sich der Markt nach unten rausgenommen. Die Kursziele, die wir hier reingelegt hatten, nach unten hin, die sind auch großteils abgespeist worden. Und jetzt haben wir hier die erste Umkehrkerze. Und mit Blick in den Stundenschart sehen wir halt schon, dass der Stundenschart seinen Abwärtstrend gebrochen wird. Dieser Abwärtstrend, den wir hier entsprechend hatten, war der Korrekturtrend auf Tagesbasis. In der Stunde abgebildet. Und jetzt haben wir hier die Situation gehabt, gestern hat der Markt diesen Abwärtstrend gebrochen, hat hier den Trend gebildet, ist jetzt momentan in seiner Korrektur. Und damit würde dann eine weitere Fortsetzung dieses Trends nach oben tatsächlich hier die Bereiche auch anlaufen, die ich Ihnen hier markiert habe. Und Sie sehen ja auch die entsprechenden Hochpunkte dieses Trends. Die können wir ja immer sehr schön nutzen, um Kursziele auch zu bestimmen, über die der Markt laufen muss nach oben. Und da sehen Sie, wir haben diese Bereiche hier im Trendverlauf, wo immer wieder Spannungsbogen sind, wo Orders von Trendhändlern, die die Korrektur gehändelt haben, liegen können. Und dann entsprechend mit Käufen die Märkte nach oben zu bewegen. Also das einfach ein Blick hier in den Stundenschart hineingeworfen. Damit ist diese Idee entsprechend durch den Trendverlauf der Stunde untermauert. Und wir haben jetzt eine Stunde aktuell, die in die gleiche Richtung läuft, wie der übergeordnete Trend des Tages. Und damit ein schönes erstes Indiz aus der tiefen Korrektur heraus, dass die Märkte auch nach oben laufen können. Und Sie sehen, ich habe es auch hier im Tagesschart mit eingeblendet. Dieser Bereich hier um die 1,81088 ist wichtig. Dann natürlich hier oben dieser Bereich, was die Unterkante der Range mal gegeben hat, wird wahrscheinlich auch eine Möglichkeit sein, wo die Preise immer mal wieder sich etwas hin und her bewegen. Und dann ein Stück weit höher noch bei 1,82, 829. Auch ein Bereich, wo wir mal Tageskerzen mit Hochs hatten. Das haben wir im Stundentrend auch gesehen. Da waren sehr, sehr schöne Hochs aus den Korrekturen in der Stunde. Soweit zum Währungspaar britischer Fund Austral-Dollar. Und dann gibt es noch ein Währungspaar in der Koppelung Dollar Hongkong, also US-Dollar Hongkong-Dollar. Ich suche sofort raus. Hier haben wir Ihnen. Wir beginnen hier auch wieder mit dem Blick in den Tagesschart. Wir hatten das Währungspaar ja vor einiger Zeit schon mal auf dem Schirm gehabt, weil sich hier eine Situation im Chart manifestiert hat, die doch relativ spannend war. Schauen Sie, wir hatten hier in diesem Bereich einen Deckel oben drauf und dieser Deckel hat lange Zeit. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das hier rüberziehen kann. Genau hier war der Deckel oben drauf und wir hatten innerhalb dieses Bereichs halt diese stark ansteigenden Tiefkurse gesehen. Die Käufer haben halt immer früher angefangen zu kaufen. Dann hatten wir hier eine lange Zeit, wo es nur etwas seitwärts ging. Das heißt, der Druck nach oben hin hat sich immer mehr abgebaut und dann ist der Markt etwas oben drüber gelaufen. Man konnte aber diesen Bereich oben nicht wirklich stark überschreiten und ist dann massiv nach unten abgefahren. Sie sehen also, wie tief der Markt hier entsprechend auch korrigiert hat. Alles in allem kann man diesen ganzen Bereich dann sozusagen als weit gelaufene Bewegung auch sehen, wenn man das hier mal noch etwas als Korrektur sieht innerhalb dieses Trendverlaufes. Aber es ist vom Prinzip hier die starke, massive Bewegung nach oben. Und jetzt haben wir hier eine ähnliche Situation, wie wir sie hier hinten hatten. Der Markt schlängelt sich so seit einigen Tagen immer wieder hier oben lang. Und da ist es natürlich auch wieder möglich, dass das gleiche Spiel passiert, was hier vorne passiert ist. Das heißt, der Markt versucht immer nach oben rauszukommen. Und wenn er es nicht schaffen sollte, dann liegen für den kurzfristigen Bereich auf der Unterseite entsprechend die Unterstützungen hier im Chart. Und zwar einmal um das Level von 7,85. Dann haben wir hier unten 7,84,738. Wir haben die 7,84,655. Und dann hier etwas tiefer noch die 7,84,519 als Unterstützung, als naheliegende Unterstützung im Chart auch erst mal liegen, wenn der Markt tatsächlich hier oben wieder mal abprallen sollte. Kommt allerdings stärker auf, dann ist es hier auch so, ist es ganz gut möglich, dass hier oben durch diesen starken Schub, durch diesen Deckel, wenn der wegfliegt einmal, dass dort weitere Käufer in den Markt auch reinkommen. Und wir durch den Überhang von Kauf angeboten, also von Nachfrage nach diesem Titel sozusagen, einen Schub nach oben bekommen, weitere Preissteigungen nach oben sehen werden. Das muss man sehen, wie sich das entwickelt. Wenn der Markt das spielt, ist das allerdings sehr gut möglich, dass wir das Ganze hier bekommen. Aus der Historie heraus ist das momentan einfach ein Hoch, da ist oben nichts weiter. Und das sind ja häufig auch Bedingungen. Da ist der Fantasie in den Charts manchmal keine Grenze gesetzt. Das heißt, so eine starken Schübe, wie wir es hier gesehen haben, sind einfach möglich. Schauen Sie, wir hatten hier ja schon die gleiche Situation hier im vergangenen Jahr, wo der Markt einfach hier den Hochbereich hatte und danach ist der Deckel irgendwann weggeflogen und dann ist der Markt halt sehr, sehr stark nach oben abgetrifftet. Und wenn wir das hier auch wieder haben, dass der Markt diesen Hochbereich rausnimmt, dann steht die Möglichkeit tatsächlich auch da, dass der Markt weit nach oben steigt. Das als Szenario mit Überschreiten dieses Widerstandsbereiches hier in diesem Chart, den wir hier haben. In der Stunde, da gibt es momentan nicht ganz so viel zu sehen. Warten Sie, ich scroll das mal kurz etwas größer. Dann müssen wir mal gleich hinbekommen. Ich hoffe, dass die Skalierung normalerweise skaliert sich das automatisch, aber der Markt scheint mir hier jetzt nicht den Gefallen zu tun, dass er das uns anzeigt. Das heißt, in der Stunde, wir sehen es, wir haben, wenn wir das mal in der Stunde auch betrachten, wir gucken jetzt einfach mal aus dem Tag in die Stunde hinein. Die Skalierung will irgendwie gerade nicht klappen. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Jetzt klappt das. Also wir haben hier, wenn man mal die Stunde sich anschaut, ich versuche noch mal den Weg in die Stunde genau. Wir haben jetzt hier halt in der Stunde eine Range, eine Seitwärtsrange, mehr oder weniger. Und diese Seitwärtsrange hier mit der Oberseite und entsprechend auch der Unterseite, die kann halt auch gebrochen werden. Wenn die nach oben gebrochen wird, ist es wie schon gesagt der Range ausbrochen nach oben, der dann das Szenario auf weiter steigende Höchstkurse erübrigt, wird diese Range nach unten hin verlassen. Dann wäre es halt der Punkt, dass wir nach unten laufen. Und hier habe ich ja für Sie entsprechend die Punkte auch im Chart markiert. Also hier mal mit Blick in die Stunde ist dann der nächste weitere Anlaufpunkt hier entsprechend in dem Bereich, den ich hier bei ungefähr 7,85 für Sie markiert habe. An dieser Stelle bin ich mit den heutigen Informationen rund um die Märkte fertig. Ich hoffe, die ein oder andere Idee führt bei Ihnen auch zu einem schönen Setup. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auch ein Dank an all diejenigen, die das Video dann später in der Aufzeichnung sehen. Wir hören uns morgen gegen 9 Uhr an gleicher Stelle wieder. Und gegen 8 Uhr gibt es dann den Blog-Eintrag wie immer auf Tickmill im Blog oder aber direkt hier auf der Facebook-Seite. Dann einen schönen Handelstag und bis morgen. Ihr Mike Seidel